Gute meine Freunde, willkommen zum neuen Marble Snap Video bei mir auf dem Kanal, ein bisschen angezeigt. Ich bin Sascha, schön, dass du eingeschaltet hast und heute zeige ich euch mein neues, ich glaube mein neues Lieblingsdeck, kann ich wirklich sagen. Es hat ein bisschen gedauert, bis man reinkommt, aber wenn man drin ist, dann überrascht man ganz häufig die Gegner. Und ihr wisst, das ist ein Marble Snap wirklich gut. Es sind nämlich Move Decks. Ich habe einmal ein Move 1 Deck, also ein Move Pool 1 Deck nochmal vorbereitet. Ich spiele aber ein Pool 2 Deck, aber wer natürlich so clever gewesen ist und nicht direkt in Pool 2 reingestürmt ist wie ich, der kann das Deck hier spielen. Also hier sind ein paar Karten, die kann man natürlich noch austauschen, aber manche sind relevant und ich gehe im ersten Step mal auf die Relevanten ein. Natürlich, was möchte man mit meinem Move Deck erreichen? Natürlich Synergien mit Karten, die halt auf Move reagieren. Ganz besonders zu erwähnen ist da wahrscheinlich der Multiple Man. Immer wenn er bewegt wird, fügt er dem anderen Standort eine Kopie hinzu. Und wenn man den natürlich vorher mit Hulkbuster oder sowas gebufft hat, ist die Kopie halt auch die gebuffte Karte. Also darum sehr, sehr interessant die Karte. Und man möchte natürlich auch vor allem mit Move Decks den Gegner überraschen, weil Heimdall auf der 6, Heimdall, der alle Karten einen Standort nach links bewegt, verwirrt ganz häufig den Gegner, dass sie halt an den Falschen die Karten reinpacken und ihr damit einen Riesenvorteil habt. Ich zeige euch das gleich. Wir gehen mal ins Gameplay gleich rein. Aber wie gesagt, Heimdall schiebt alle Karten außer sich selbst eins nach links. Ist ein Aufdeck, muss man aufpassen vor Arenen, wo Aufdeck gesperrt ist oder vor Cosmo. Aber ansonsten funktioniert das wunderbar. Was ist noch eine relevante Karte? Graven funktioniert sehr, sehr gut in Move Decks. Graven, wenn eine Karte hier hinbewegt wird, bekommt er plus 2. Angenommen, er ist die ganz eine Karte ganz links und man movt mit Heimdall nochmal drei Karten in ihn rein, kann man ihn wirklich schon mal direkt auf plus 6 machen. Auch wenn man vorher mit Iron Fist ist auch eine tolle Karte, die stumpft eine Karte rüber in eine neue Arena. Auch wenn man hier Multiple Man stumpft, projiziert er sich gleich und hat zwei Multiple Mans. Also darum sehr, sehr gut. Dann sind hier natürlich, ah und Dr. Strange nicht zu vergessen, der bewegt die stärkste Karte nochmal in seine Arena. Auch so, wenn die stärkste Multiple Man ist, hat man wieder einen Klon. Und darum kann man echt gute Synergien schaffen. Die anderen Karten könnt ihr relativ frei entscheiden. Ich habe Enchantress und Scarlet Witch einfach zum Beschützen vor Arenen drin, die ich nicht mochte. Und Angela E, starke Karte. Uatu könnte man durch jeden anderen ersetzen. Nightcrawler ist natürlich auch eine Move-Karte und man könnte damit auch sein Graven besetzen. Also ich sage jetzt mal, Iron Fist ist wichtig, Nightcrawler ist wichtig, Graven, Multiple Man, Dr. Strange, Hulkbuster würde ich als semi-wichtig sagen, ist halt eine Push-Karte und Heimdall ist wichtig. Die anderen Karten könnt ihr austauschen. American Chavez ist halt immer nett in solchen Decks, weil sie ganz hinten kommt. Nimmt halt ein bisschen Varianz raus. Man zieht dann quasi ja nur aus dem Pool von einer Karte weniger. Und darum kann man sie in viele Decks reinpacken. Also das ist die Pool 1 Variante. Jetzt gucken wir uns aber mal die Pool 2 Variante ein, wo wir auch gleich mal ein bisschen in Gameplay gehen. Pool 2 bietet noch ein paar Karten, die halt wirklich nett sind. Ganz, ganz vorne weg ist Vulture. Wenn der bewegt wird, zum Beispiel durch Iron Fist, kriegt er plus 5. Heimdall bewegt ihn nochmal, kriegt er nochmal plus 5. Ich könnte ihn vielleicht auch vorher nochmal durch Dr. Strange bewegt haben. Ihr wisst, nochmal plus 5. Also Vulture kann sehr, sehr stark werden. Hier haben wir jetzt noch Vision dabei. Vision kann man in jeder Runde bewegen, ist halt eine 5 Kosten Karte. Das heißt, in einem Standard Game, wo er nicht günstiger ist oder wir nicht 7 Runden spielen, kann man ihn halt nur einmal bewegen. In den anderen Games bietet er ein bisschen mehr Variationen, ist aber trotzdem eine gute Karte, um auch wieder unseren Craven zum Beispiel zu pushen. Zusätzlich haben wir hier noch Forge reingemacht. Der ist noch ein Buffer. Finde ich in Ordnung im Deck. Das ist aber so die Karte, die potenziell ich noch austauschen wünschen würde. Aber hier kann man natürlich sein Multiple Men mit buffen. Ich stolper häufig nur drüber, dass ich Iron Fist, Forge und Multiple Men auf die Hand habe. Und da weiß ich nicht, will ich Multiple Men buffen oder will ich ihn erst rumschieben. Darum Forge ist hier für mich das Fragezeichen. Was wir hier noch dazu haben, ist Cloak und Storm. Cloak. Im nächsten Zug können beide Spieler Karten an diesen Standort bewegen, wo ich Cloak rein spiele. Ist halt auch wieder eine Move-Schematik, wo man wirklich in den ganzen Synergien echt viel buffen kann. Und Storm zerstört einfach einen Standort. Flute diesen Standort. Der nächste Zug ist der letzte, an dem man hier Karten spielen kann. Also das heißt, Storm macht das, was Scarlet Witch vorher gemacht hat. Sie macht erst mal den Standort kaputt und begrenzt ihn. Also das heißt, in Grunde 3 kann ich sie ja spielen. Das heißt, in Grunde 4 darf man da noch mal eine Karte in den Standort legen, aber ist dann gesperrt. Aber ich kann reinmoven. Das ist das Schöne. In gesperrte Standorte kann ich reinmoven. So, jetzt habe ich viel gequatscht. Ich gehe einfach mal direkt in Gameplay mit meinem Ufdeck. Mal gucken. Ich nehme es jetzt gerade im Video auf. Darum gucken wir mal, was die Starthand uns hergibt. In diesem Zug werden keine Karten aufgedeckt, kein so schöner Standort und vor allem, dass ich nur teure Karten auf der Hand habe, ist nicht gut. Häufig habe ich keine Runde 1 Karte auf der Hand, aber normal bräuchten wir halt Multiple Man Craven. Das wäre halt gut. Und wir gucken einfach mal, was unser Gegner macht. So, wir sehen es nicht. Fortlaufende Effekte sind hier deaktiviert. Das ist nicht so wichtig für uns. Cloak jetzt zu spielen, macht halt auch keinen Sinn, weil ich nichts zum Moven habe. Also, es ist noch nicht aus. Also, man kann auch mit Turn 3 gewinnen, aber wir haben auch relativ wenig Turn 3 Karten. Aber gucken wir mal. Jetzt, klar, Wollcher, den spielen wir auch. Nachzug 5 gibt allen Karten hier plus 2. Jetzt haben wir auch den dummen Stein gezogen. Wir legen Wollcher einfach mal dahin, spielen in der nächsten Runde, die schon die vierte ist, Cloak. Heißt, in der fünften müssten wir Vision spielen, in der sechsten Heimdall. Und eigentlich haben wir nichts, was so geil ist. Okay, wir können jetzt auch Dr. Strange spielen und Wollcher dahin bewegen. Hier wird aber nächste Runde gebufft. Wir machen es trotzdem mal. Also jetzt, Dr. Strange sucht nach der stärksten Karte und schiebt die dann hier rüber. Und Wollcher, wenn er bewegt wird, kriegt er halt plus 5. Das heißt, das ist schon in Ordnung. Wir haben nur sehr, sehr wenig Karten auf dem Feld, was ein bisschen schwierig ist. So, jetzt hätten wir Vision. Iron Fist bringt uns nichts, weil er halt die nächste Karte pusht. Ich habe nichts dabei. Also kein Graven oder so, der profitiert davon. Wir machen das mal so. Und unser Plan ist, dass jetzt Vision geboostet wird. Damit hat er erneuern. Er hat jetzt hier 8 liegen. Und das könnte jetzt sein, also wir sind nicht gut. Wir sind nicht gut mit unserem Deck. Also, weil wir sehr, sehr wenig gespielt haben. Klar könnte ich jetzt Iron Fist und Multiple Man spielen. Multiple Man würde sich dann verdoppeln. Aber wir versuchen jetzt mal ganz einfach Heimdall hier zu spielen. Hier ist er voll. Das heißt, die Stage gewinnen wir, weil die beiden Karten rutschen rüber. Und wir kriegen nochmal einen Boost. Hier springt nur Vision rüber. Das heißt hier, also sehr, 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 sehr knappes Game. Dafür, dass es aber am Anfang so schlecht lief. Also ich snap jetzt mal nicht, weil das ist mir zu riskant. Und er hat auch hierhin gespielt. Das heißt, wir verlieren die, aber wir gewinnen die letzte Arena. Hat er Onslaut, bringt er irgendwas? Bringt er nicht? Und guckt, so gewinnt man mit dem Deck. Also, das war jetzt nicht das Musterbeispiel. Wir haben natürlich viel zu wenigen Karten gespielt, viel zu wenig mit Multiple Man gespielt. Aber der Überraschungseffekt, der Gegner hat auf dem Schirm, dass er eigentlich hier schon gewinnen wird, war für ihn eigentlich safe. Klar, wenn jemand ein bisschen die Decks kennt, die gespielt werden, hätte er sich denken können, dass ich Heimdall spielen kann. Aber hätte er das gedacht, hätte er wahrscheinlich die Karten anders gelegt. Eigentlich will ich ja in so einem Video immer nur ein Match zeigen, wegen der Zeit. Aber im ersten Match haben wir jetzt ja nur gesehen, wie die Move-Thematik zum Schluss funktioniert, wie wir damit den Gegner überraschen und dann die Arenen einnehmen. Eigentlich wollte ich aber euch auch noch zeigen, wie die kleinen Karten funktionieren. Multiple Man Iron Fist hatten wir ja eben keine auf der Hand. Darum versuchen wir jetzt noch mal unser Glück in der zweiten Runde, ob wir eine der Karten kriegen und ich euch da ein bisschen mehr zeigen kann. So, wir spielen gegen Rubin Kater. Okay, wir haben nichts wieder auf der Hand. Wirf eine Karte aus der Hand ab. Kollektor ist gar nicht verkehrt. Heimdall haben wir gezogen. Heißt erste Runde bei uns. Mau, wir müssten jetzt wieder zweimal Top decken. Schwierig. Gucken wir aber mal, was uns hier erwartet. Ich müsste jetzt Iron Fist ziehen und Multiple Man. Ich wäre auch erstmal nur mit Multiple Man zufrieden, weil dann könnte man Multiple Man Hulkbuster könnten dann auf auf Dr. Strange hoffen oder ihn spätestens halt mit Heimdall schieben. Aber wir haben nur eine Vision. Cloak bringt uns nichts zu spielen. Wir setzen nochmal eine Runde aus, aber das sieht ja fast aus wie die Runde eben. Spielt viele Einser. Schade. Hätte ich jetzt gerne mit Multiple Man auf der Hand gehabt, die Punkte. Also jetzt spielen wir Haikaya. Jetzt spielen wir unseren Multiple Man. Na du, gehst du mal vor dem Kartendeck weg, Kätzchen? Wir spielen unseren Multiple Man. Das ist Runde 3. In Runde 4 spielen wir Hulkbuster. In Runde 5 wischen dann Heimdall. Mal gucken wir mal, ob wir es schaffen, genug Power aufs Board zu kriegen. Wir beenden unseren Zug. Wir haben jetzt einen Neuner Multiple Man. Den haben wir dann natürlich mit Heimdall zweimal auf dem Board. Okay, jetzt die Iron Fist bringt die uns was. Kicken eine Karte rüber. Ne, die bringt uns nichts. Kloak könnte uns was bringen. Der ist ja mittlerweile auch recht stark. Weil wenn ich Kloak hier hin, also angenommen wir spielen Kloak hier hin, dann können wir Multiple Man einmal hier rüber ziehen. Ja, das machen wir auch. Und in der nächsten Runde dann Heimdall spielen. Das ist gar kein schlechter Move, den wir hier haben. Wir spielen ihn auch anders. Wir spielen Hier noch Storm dazu. Oder, okay, wir müssen uns entscheiden. Dann zerstören wir nämlich auch den Standort gleichzeitig. Falls er irgendeine Karte ohne Effekt hat. Unsere Karten haben alle Effekt. Dass wir hier so. Jetzt spielen wir Multiple Man. Jetzt haben wir hier und hier Multiple Man. Jetzt spielen wir hier Heimdall. Wir spielen hier Heimdall. Oder spielen wir hier Heimdall? Das ist jetzt die Frage. Also ich befürchte, weil er Sunspot so aufgeplodustert hat, hat er eben eine Karte gespielt. Also wir versuchen einfach unser Glück. Und jetzt sehen wir halt die Multiple Man Mechanik. Wir haben einmal durch Cloak ihn selbst verschoben. Das heißt, Multiple Man wandert dahin. Jetzt kommt Heimdalls Effekt, verschiebt alle Karten nach oben. Jetzt cloakt sich der Multiple Man nochmal. Und wir haben halt einfach jetzt eine Mega Armee Multiple Man. Ich habe befürchtet, dass er die Karte spielt, weil er hat nämlich eben keine Runde gespielt. Das habe ich aber nur am Sunspot gesehen, weil er sich so aufgepumpt hat. Aber wir haben den Multiple Man Effekt mal gesehen. Hätten wir Iron Fist früher gehabt, vor Multiple Man, hätten wir Iron Fist nochmal dazu nutzen, noch ein Multiple Man aufs Board zu bringen. Und hätten wir Craven auf dem Board gehabt und den hier gelegt haben hätten, wie auch immer, das war kein richtiges Deutsch, aber hätte hier zum Beispiel Craven gelegt, weil wir ihn früher hätten spielen können, hätte Craven durch die ganzen Verschiebungen an diesem Standort halt auch schon die ganzen Boosts gekriegt. Und das sind die Synergien im Deck. Haben wir jetzt nicht perfekt gesehen, aber hier mit 4x9er Multiple Man auf dem Board haben wir, glaube ich, schon gesehen. Und ich denke, unser Gegner war auch hier sich relativ sicher, dass er gewinnt, weil er halt mit dem, wer ist es das überhaupt, der Infinaud mit seiner 20er Karte, wenn er die Runde 5 auslässt, nimmt er halt eigentlich immer safe eine Arena ein. Hat er auch hier geschafft, aber wir haben es geschafft mit den, wir haben eben ja nur vor der Runde eigentlich nur ein Multiple auf dem Board gehabt und da kann schon was gehen. Und ja, Leute, das war es jetzt mit der Runde und ich hoffe, ihr habt auch Spaß am Movement Deck. Ich bringe die nächsten Wochen, Tage und Wochen noch ein paar Marvel Snap Videos. Ich bin immer noch gefangen, das Spiel macht mir Spaß, darum lasst ein Follow da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Das Spiel macht's gut. Das Spiel macht's gut.